Schönen guten Morgen aus Bukarest, Rumänien. Hier war ich schon bestimmt zehn Jahre nicht mehr und trotzdem kann ich mich an verschiedene Sachen noch gut erinnern und es ist wirklich eine geile Stadt. Viele neue Gebäude, aber eben auch viele alte Gebäude. Es hat diesen gewissen Ost-Charme. Wer schon mal hier war, der weiß, was ich meine und die noch nicht hier waren, ihr solltet vielleicht mal herkommen. Das ist eine sogenannte Ost-Charme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann kann ich meinen Strandaufenthalt in Rio Ende des Monats vergessen Bikini-Figur jetzt Ich bin eisern und halte durch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich mag kein Schwein, nicht aus religiösen Gründen, sondern aus ästhetischen Gründen, darf man das sagen? Nee, aus Tierschutzgründen, nee, aus Tierschutzgründen, nee, ich will kein Schwein Mein Zimmer ist in der zehnten Etage Ihr seht die Stadt hinter mir Moment, ihr seht sie nicht Scheiße, jetzt Naja, jetzt kann man schon was erkennen, oder? So sieht's aus Warum man das als Architekt so konstruieren muss Aber gut, warum nicht? So Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020